So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich habe wieder mal die beste Idee des Jahres. Ich möchte euch nochmal meine Freundschaftsliste zeigen. Meine aktuellen Freunde, die ich habe, das sind jetzt 380 Leute. Geordnet nach dem Freundschaftslevel vom kleinsten, frischesten Neuankömmling bis zum heftigsten, langlebigsten Freund, den ich überhaupt habe. Der bisher die meisten Interaktionen mit mir hatte und den Freundschaftslevel über das Maß hinaus getrieben hat. Aber eigentlich ist der Grund der, dass ja dieses neue Avatar-Update kam und seitdem sehen plötzlich alle hässlich aus. Manche haben sich einfach nur Schnecken fett gemacht, andere haben irgendwas total Dummes gemacht. Manche sieht so behindert aus, einfach nur. Aber irgendeinen habe ich irgendwann mal gesehen, wo ich dachte, wow, wie hat er das denn gemacht? Der sieht ja richtig cool aus. Ich bin auf der Suche heute nach meinem coolsten Freund. Wer ist der coolste Freund auf meiner Liste? Wer hat das coolste Outfit? Wer hat den coolsten Avatar momentan? Und ich habe gehört, inaktive Accounts soll man angeblich jetzt auch daran erkennen, weil die gefühlt keine Kleidung mehr anhaben, sondern standardmäßig einfach normale Sachen, dass die alle entkleidet wurden bei dem Update. Und wer sich nicht wieder Kleidung anzieht, soll man daran erkennen, wer also halt inaktiv ist. So, hier frisch reingekommen haben wir Bimalnase. Da habe ich damals, glaube ich, Pimmelnase gelesen. Das war falsch. Hat hier einen weiblichen Avatar. Sieht ganz schick aus. Erinnert mich am Pfirsich. Guck. Blonde Haare. Also da muss ich schon sagen, da geht schon mal ein Award hin. Auch mit der Gengermütze. Das ist nice. Also ich dachte, hier kommen jetzt total Ausfälle. Aber das ist stylisch. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir hier Pepsi. Boah, das sieht wieder nicht so toll aus. Das Gesicht ist ein bisschen sportlich, aber man erkennt zu viel Gesicht und dadurch wirkt er wieder so extrem bubihaft. Hat einen schönen grünen Rucksack, Golduhr hier dran, aber bis jetzt finde ich Pi mal Nase auf jeden Fall am besten. Was haben wir hier? Ice Scorpions hat hier eine fette Gitarre am Start und vielleicht ist da auch ein Gewehr drin und er schießt alle um. Hat hier einen richtigen, dieses Silvester Outfit ist das, oder? Dieser Blazer, dieser Anzug, dieses alles so heftig. Steht neben dem U2, sieht er klein aus, hat aber eine schwarze Brille, schwarzer Hut. Ist auch stylisch. Aber das erste hat mich bis jetzt am meisten getroffen. Sieht aus wie hier Udo Lindenberg. Easy Fighter, oha. Hier kommt er von Dead Snow, der Zombie General. Mit Flügeln, mit Fresse dran, mit Hut, mit Barrikadachskrallen. Also, der sieht auch richtig stark aus, wie irgendwie so ein Zombie-Polizist, Zombie-General. Easy Fighter, auch richtig fett am Start. Sebesi. Mola Asebesi. Der ist schön braun gebrannt, mit einem Go-Face-T-Shirt, hat die Badelatschen an, hat Pose an, schöne Schmalzlocke, hat ein Piercing im Ohr. Also, das ist ja hier 24 Tim, ist das, ne? Als er im Dschungelcamp war. Ja, hat Style. Aber den Nazi-General finde ich jetzt auf jeden Fall richtig brutal. Was habe ich gerade gesagt? Nichts. Gut, wir machen schnell weiter. Ungehorsam for all. Ja, bisschen zusammengeschustert. Mütze auf, grüne Brille auf, Mundschutz so. Ja, ist jetzt nicht so spektakulär. Ich hoffe, ich lese die Namen auch alle schön. Viper macht Fun. Ich bin blau gestreift. Guckt mich mal an, aber hab da so einen lilanen Fressen dran. Super. Weiblich, okay. Gefällt mir jetzt aber trotzdem nicht so. Shelly. Mann, bin ich fett. Ne, bin ich gar nicht, aber sah so aus. Aber irgendwie bin ich doch Mops. Aber irgendwie bin ich auch braun und hab einen Ravi-Hut. Aber eigentlich bin ich stark. Also was bin ich jetzt? The North Face Gucci bin ich und für mich unspektakulär. Mach mal schnell weiter. Haben eine BDV mit Jeansjacke, Jeanshose, Jeanshaare. Sieht aus wie aus so einem Anime-Manga-Zeug. Nett. Nett. Unscheinbar. Hier Paldea-Kluft oder wat? Kannst du so lassen. Flusenqueen mit der Paldea-Kluft. Ursus. Hat eine Schlafmütze. War wieder dieses Booby-Face. Das mag ich nicht. Evoli fällt auch gleich runter. Ursus. Grüße geht raus. Weiter geht's. Drachek. Hm. Komische Jacke. Deluxe-Jacke. Hier Zeug dran. Man erkennt den Kopf nicht. Sieht aus wie... Kopf wird gefressen. Pose am Start. Hat was, aber nicht was für mich. Komisch. Was ist das? Booby-Kopf. Schrumpf-Kopf. Ganz komisch. Tiso. Was machst du da? Blaue kurze Haare. Total klein zusammen geschrüpfelt. Das ist, glaube ich, eines der schlechtesten Avatare bis jetzt. Charlies Burger. Oh, er hat jetzt so den Flügeln auch die Giratina-Jacke und den Giratina-Kopf. Und er hat einen Pampam daneben stehen. Das sieht wieder stylisch aus, aber es ist alles zu zusammenpassend von... Jetzt gibt's die Sachen, leg die alle an und dann hast du's. Hier, Meisterdetektiv. Pikachu oder was? Pikachu. Ohren dran. Langer Schal. Outfit. Drago ran. Fliegt. Barfuß. Das ist ein Highlight. Gehen wir mal weiter. Das denn? Winteranzug. Ne, was ist das? Ich glaube, so einen habe ich auch mal dran gehabt. Der wirkt halt auch wieder so klein und bubihaft. Blass. Hm. Nicht so schick. Flexmann. Flexmann surft mit Kriospino. So, Schuhe, kurze Hose, gelbes Shirt, Fischerhut, Anglerhut, spritzig. Vielleicht ist er auch total betrunken, man weiß es nicht. Hat was? Aber ist auch jetzt nicht so spektakulär. Oh, hier. Eins, Filou. Ich glaube, das war der, wo ich damals dachte, das bringt mich auf die Idee für dieses Video, weil ich fand das so stylisch mit diesem lockeren Hemd, der Sonnenbrille, der Frisur, der Hautfarbe, allem. Da dachte ich, so kann man sich kleiden. Sieht halt komplett anders aus als die meisten random Dinger, die alle gleich aussehen, weil der irgendwie anders aussieht und vor allem halt schön braun und diesen Sommerlook. Das hat mir gefallen. Der hat mich, glaube ich, auf die Idee gebracht. Eins, Filou. Emir, Fendik. Eingemummelt. Weste. Winterlich. Irgendwie wo am Start. Boah, Fuselchen. 98. Nicht so sehr eingemummelt. Bisschen kleiner neben Rasav. Ganz putzig. Okay. Kari. Oh mein Gott. Kari, was hast du dir dabei gedacht? Was ist das da? Ist das die Mozart-Frisur? Gefällt mir gar nicht. Schön, dass du so aussiehst. Fucks Given. How many? Der sieht wieder so richtig random aus. Einfach das Gesicht, die Augen, die Frisur, dieses Cabby. Also, ja, da guckt euch lieber das Darkrai an, aber nicht den Avatar. Libera for Red. Yo, Leute. Denkt an die Wale, ne? Greenpeace in Action. Es geht ab. Buschmann. Ich weiß nicht an irgendwas Dummes erinnert mich das gerade, aber, joa, lange gelbe Kutte, Jacke dran, Haare, Hut. Das ist aber schön. Mit der möchtet ihr bestimmt gern essen gehen. So ein Sojasüppchen oder irgendwas. Hauptsache vegetarisch. Hier haben wir Motte. Motte mit dem tiefen Cab ins Gesicht gezogen. Sieht aus wie Liam Carper. Aber irgendwie auch wie Bretze hitmen in Haaren wegen der rosa Brille. Also ist ja auf jeden Fall stylisch unterwegs. Hat den Kopf immer so ein bisschen gesenkt. Ein bisschen wirkt stramm, wirkt streng, wirkt mysteriös. Aber geht noch besser natürlich. Rocco Doco. Kleines Püppinchen mit dem roten Rucksack. Das ist aber schön, ne? Aber für mich unspektakulär. Humpen. Guck dir, da krampfe ich die ganze Hand zahm. Guck dir meinen stylischen Schnitt an. Haarschnitt. Oh mein Gott. Hat was. Passt zusammen. Sticht hervor. Sag mal Sender auch übelst fett. Aber Jacke habe ich mich auch schon satt gesehen. Jonas C. Blaue Haare. Wo bist du denn? Du hast hier Labras dran. Grüne Brille. Blauer Topfschnitt. Passt auch irgendwie zusammen. Der Bauch vom YouTube passt auf jeden Fall zur Brille. Aber ja. Sree. Bittrein. Sieht sehr Standard aus wieder. Diese Stachelfrisur da. Klein unterhopft steht er da. Blondbart zockt. Hat einen weißen Bart. Einen Weihnachtsbart. Cabby auf. Hat in die Hose geschissen. Guckt euch das an. Da streckt sich noch der Arm weg. Hat einen Bart. Warum nicht? Hat was? Hat was? Wer hat noch einen Bart? Wenzel. Wenzel. Ist ganz fromm. Unterwegs. Ist bestimmt zu beschäftigt. Für irgendwas anderes. Ist im Alltag in der Arbeit gefangen. Der Avatar. Ja. Mit der treuen Pikachu-Seele an der Seite. Ibo's World. Mit Schlafmütze. Der sucht hier die sieben Zwerge. Grüner Rucksack. Passt zum Fruyal. Lupe am Start. Aber mir zu bunt. Peckssick. Team-Go-Rocket. In der Fussel-Version. Euer, wer hat mir die Madde geschnitten da? Guckt da mal. Da wo ist Trottini hin? Ach, ist da neben mir. Also das sieht irgendwie. Irgendwie sieht es dumm aus. Irgendwie sieht es nicht gefährlich aus. Wie es eigentlich hätte aussehen können. Mit Zeug dran. Aber hat irgendwas. Irgendwas hat es. Genau. Sandsturm. Ja, ist wieder ein bisschen generik. Ne? So. Halten wir uns auch nicht lang auf. Sandsturm. Wann kommt da mal wieder ein Geschenk? Man weiß es nicht genau. Alfada. Das. So sehen die angeblich also aus. Wenn du inaktiv bist, hieß es. Da haben sie dieses Bubi-Face. Da haben sie hier diesen normalen blauen Pullover an. Aha. Bernard Tussi. Oh, jetzt. Strauss Blum. Strauss Blum. Schwarzes Cap. Jeans Look. Da wurde sich was dabei gedacht. Das ist auch. Der Partner passt auch dazu hier. der, äh, das Fleck Noil mit dem Herzchen in der Nase und blau. David and Kathy. Ho, 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 guckt ihr das auch? Ich habe ein grünes Despot da. Ich habe grüne Haare. Ich lehne mich schon mal zurück. Oh ja, hier, Leute. Fühlt ihr das? Da geht richtig. Was habt ihr bei mir? Ich habe auch grüne Augen dabei. Das sieht lustig aus, muss ich sagen. Ist das barfüßig, nackt, schwarze Füße. Das fällt auf jeden Fall auf. David and Kathy macht hier einen auf dicke Hose. Maxi King. Ziemlich generik. Nicht viel dran gemacht. Sieht aus wie vor dem Update. Okay. Mister. Sieht halt auch aus wie Liam Carver. Irgendwie alles. Auch nicht viel dran gemacht. Also unspektakulär. Standard. 0-Mei. Sieht sehr freundlich aus. Totenkopf-Mütze hier. Feli Nara am Start. Die passen zusammen. Die gehen durch dick und dünn. Aber ist mir zu nett. Ich brauche sowas wie Despot da vorhin. Der Dresdner. Der Dresdner. Sieht aus wie Akeversammler. Nett. Aber random. Baumenten. Gelb. Mit Knieschonern. Ich wollte mal ein Restler werden. Dann kam das Kabukime in die Kimme. Und dann war es vorbei. Pikachu Mützler auf dem Kopf. Okay. Es passt zusammen. Aber ja. Baby Bongo. Der wollte ins Kino. Wollte einen 3D-Film gucken. Seitdem schwebt das Arctos neben ihm. Er hat es aber noch gar nicht bemerkt. Er steht immer noch da am Warte drauf, dass die Vorführung startet. Kann man lassen. FC Mary. Hier. Heftig. Böse. Totenkopf. Brille. Mantel. Zylinder. Kamera. Da wurde einiges zusammen geschustert. Aber grüner Umhang. Der sieht auf jeden Fall gut aus. Und hat einen Hunderter. Das passt. Fettsack to go. Das ist eigentlich schon mal ein Gengar gewesen. Schwarz mit Zeug im Gesicht. Bulunda an. Overall an. Ja. Kannst du machen. Himmel mit P. Wir sammeln auch Käfer. Guck. Zack. Vielleicht sehen sie auch Fische. Ich habe hier ein schönes Ipa-Hemd an. Wenn ich mit meinem Van wieder durch die Gegend cruise. Mit meinen Blumenleuten. Die dann Ipa trinken. Dann haben wir immer so ein Netz dabei. Kundo Kalli. Ich bin kein Gengar. Ich bin ein Relaxo. Wer sieht es mir an? Ich suche noch meine Brüder. Warum nicht? Schöner Schlaf-Overall. Keta Kevin. Ich bin grün. Und habe einen Kürbis. Und ich habe noch einen Ball. Und das steckt da oben so drauf. Nehmen wir mit. King Zapdos. Liest ein Buch. Gelbe Schuhe. Dünne Hose. Ist schwarz. Sonnenbrille. Handschuhe. Shiny. Wieso haben wir eigentlich nicht auf die Buddies geachtet? Also er ist ein bisschen desinteressiert. Ob ich die weißen Haare. Also das hat auch Style. Auch mit der Jacke. Mit der Rocket. Cabbie. Wilde Kombination. Aber haut mich jetzt nicht um. Lordchen. Ich war beim Friseur. Ich sehe aus. Als würde ich da nicht eigentlich reinpassen. Also mit der Frisur heutzutage. Aber dem alten Outfit von damals. Das ist mir zu abstrus. Da hätten dicke, fette, lange Rasterlocken hingekommen. Dann hätte ich ihm das abgenommen. Sieht aus wie Wes. Von How to get away with murder. Mirzi. The North Face. Ich habe hier die Brille auf. Guckt mal meine Mütze. Passt zum Rucksack. Da unten drehe ich gleich aufs Mikrik drauf. Selber schuld. Was steht es auch da unten rum. Joa. Interessant. Niklas. Yahoo. Mit. Gruft. Perücke. Sucht. Aber wieder gelber. Gelbes Ding. Gelb. Grün. Grün. Passt zum Riggy Stil. Okay. So. Muss mal so stehen. Machen wir weiter. Hat ja jetzt jeder. Brauche ich also nicht. Old Hound. Ist es ein Mann? Ist es ein Frau? Sieht jetzt ein bisschen mickrig aus. Hätte ich mir noch mehr gewünscht. Ansonsten sieht es aus wie die Knolli. Hier. Kurze. Weiße Haare. Ist es wahrscheinlich eine Frau zu sein. Pet Pro. Äh. Das ist. Joa. Watten Mega Garados. Steht mit dem Rücken da. Der Rucksack sieht cool aus auf jeden Fall. Schöner weißer Pullover. Fliegermütze oder was. Hier. Brille. Haare. Ist alles da. Aber. Sieht natürlich aus. Sag mal was so. Pogo for Future. Ich such wieder. Was such ich denn? Ich habe auf jeden Fall die Hände wie die Füße. Seht ihr das? Dann die Brille passt zum Bauchprint. Ein Fake Pikachu auf dem Kopf. Ich such weiter. Aber der ist schön präsent. Der geht nicht unter neben dem Buddy. Der ist schön präsent neben dem Buddy. Das ist wunderbar. Der ist auch präsent. Aber sieht wieder so random. Generik aus. Prinzess. Diana. Einfach das angezogen. Was halt da gerade kam. Da ist schon viel mehr mit dran. Reis Obo. Alles. Hier. Bianca Belle Air Modus. Aber mit weißen Haaren. Dann ist das ja eher Jade Cargill. Kennt er nicht. Gut. Können wir machen. Simon. Ach die. Ich bin A von der Rocket Truppe. Aber bin jetzt auch nicht so gefährlich. Guck. Das sieht aus. Ich habe auf jeden Fall eine Glatze. Dann haben wir Tav Kaloi. Ich stehe weiblich. Ich stehe neben dir. Stehst du neben mir? Sieht auch irgendwie recht normal aus. Tim Leon 7. Hat jetzt noch eine Mütze auf. Hier ist eine Wunderkerze. Junge. Geh in die Zukunft rein. Es ist 1000 Grad draußen. Zieh die Hose aus. Ansonsten recht unspektakulär. Topstar. Ja warte mal. Das sieht er ja genauso aus wie der andere. Nur hat er eine andere Pose. Mit weniger Style. Weil er einfach nur dasteht. Wie sie. Das ist Montana Black. Wenn er wieder unterwegs ist. Okay. Aber auch unspektakulär. Vielleicht ist er auch unsympathisch TV. Ich gucke so Zeug ja gar nicht. Aber woher kenne ich die Damen? Aber man weiß es nicht genau. Vicky. Fischkopp. Vicky der Fischkopp. Der guckt ein bisschen grimmig. Wir machen schnell weiter. Winged Hussar 98. Der erinnert mich an K2B. Mit der Brille. Mit den ründlichen. Ansonsten alles chillig. Alles normal. Dr. Mew. Ich habe wieder Emo-Frisur. Aber ich habe Jacke. Ich sehe aus wie ein Yakuza-Endboss. Eden. Mit Mütz. Mit. Ist das ein Go-Fest-Shirt? Irgendwas. Pose da. Dünne Bäh. Dünne Ärmle. Ja. Bodenhansel. Rott. Rott. Und in der Fresse habe ich dann Orange. Genau. Und Stroh habe ich auch noch. Ich diller mir hier schön einen ab. Nene. Orange. Orange. Warte mal. Ich bin Glumander. Guck. Guck wie ich Glumander bin. Aber ich habe einen Pikachu. Ich habe euch verarscht. Guckt doch mal. Ich bin gar kein Glumander. Sieht ein bisschen aus wie Ninja. Bisschen vermummt. Haare liegen. Passt zusammen. Ein Outfit mit der Hose. Mit dem Pullover zusammen. Geht auf jeden Fall. Klar. Philipp. Bisschen blass. Wieder diese Standard-Frisur. Das Eboli fällt auch gleich runter. Einfach mit Loretta-T-Shirt. Naja. Wudex. Hat gelernt seine Mütze aufzubehalten. Ansonsten. Joa. Von damals. 22. Riu. Oh mein Gott. Wie kann man denn da den überfahrenen Igel sich auf den Kopf schmieren, wenn man schon so eine lange blonde Mähne hat. Mit blauem Jogginganzug. Das ist ja jetzt hier richtiger Assi-Style. Das ist ja Finch. Asozial. Der sucht schon wieder seine Bierflaschen. Bizza OG. Sieht klein und schmierig aus. Nebendran. Nebendran. Okay. Geht unter. Sieht auch wieder aus wie so Abubi. Leon. Schwarz zur Zergarte. Aber irgendwie weiblich. Irgendwie wie im Wilden Westen. Das ist hier Wild Wild West mit Will Smith. Ich bin der Böse. Die Böse das. Niklas Rippe. Schlafmütze. Ja, ein, äh, Vonera Pullover. Den habe ich noch nie gesehen. Pamo Rucksack. Also alles. Sehr gemütlich. Sehr chillig. Hätte ich ein anderes Pokémon noch daneben, was ein bisschen friedlicher wirkt, dann wäre das noch genialer. Rai Quarza mit Rai Quarza Hut. Ansonsten Schwarz mit Knochenlook und hier ein Ghetto Blaster noch auf dem Rücken. Eins Kommandant. Der Krampf wieder mit der Hand. Wieder Standard Hose. Mütze auf. Sonst was erkennt man nix. Zu wenig Details, ja. Boah, ist Gommi. Ressler. Mütze. Klein neben dem Stahlos. Ja, geht unter, geht unter. Ball auf Monster. Was hat der denn da? Was hat der für eine Brille? Und was hat der für ein Ding? Sieht aus wie ein Nerd. Okay. Aber ist was anderes. Hier wird wieder einiges. Julia. Julia mit dem Karorock. Schwarzes Oberteil. Ist hier ein richtiges Gitter Girl. Mit der Katze daneben. Das passt auch. Ist stylisch. Sweet Psycho. Zweigeteiltes Oberteil. Das ist hier Frau von Welt. Und das auch. Das ist Two-Face. Guckt es euch an. Hat was. Lost Lift. Hat. Schwarz Barrikadax-Zeug. Naja. Sind's nicht so meins. Fabi Bob. Normal Standard Frisur. Standard Gesicht. Zwölf Salou. Normal Standard Top. Standard nix. Standard Kumpel. Ne, also der hat hier irgendwas am Kopf, was man gar nicht erst erkennt als Mütze. Hat sich entsprechend gekleidet in Temperaturen. Aber das habe ich auch schon oft angehabt. Candyshop. Weiblich. Pferdeschwanz. Gelabra. Alles so ein Style. Pokemon. Hat auch ein überfahrenes Tier auf dem Kopf. Aha. The North Face. Tschüss. Raptus. Viscora Hut. Da wirft er den Sand. Den Sand. Also Oberteilschuhe passen. Farblich passt. Viscora Hut auch zu diesem Gengar Banette Mundschutz. Banette müsste das sein. Passt zusammen. Ist jetzt nicht so mein Stil, was mir gefällt. Hier auch ein Cyborg. Ein Cyborg Roboter Space Shuttle Cowboy aus dem Weltall. Aber die Mütze passt überhaupt nicht. Was ist das denn? Steinpilz. Was machst du da? Erik 100er. Sowas haben wir jetzt schon öfters gesehen. Bierschanga. Ja. Sieht aus wie sie. Bowling Ball. Weiß ich nicht. Sieht wieder aus wie Wes Gibbons. Aber hier Barrikadax Stellung gekreuzt. Hier Indiana Jones Junior. Feuerwehr Laura. Das müsste der Lennart jetzt sagen. Wo ist er denn jetzt hier? Feuerwehr Laura. Ein Mützle, ein Röckle, ein Strümpfle. Und hat er hier so. Das ist der Lennart bestimmt daneben. Der Buddy. Sieht niedlich aus. Ist auf jeden Fall. A girly. Ist girly. Ne? Was ist jetzt? Wieso? Ah hier jetzt Matze Nottland. Sieht zu Standard aus. Weiter. Methodius. Sieht zu Standard aus. Hat aber auf jeden Fall ein Hemd. Weiter. Siebenstein. Da war gerade ein Vibe. Jetzt ist es wieder fort. Blöde Brille. Blöder Hut. Blödes Buch. Oh mein Gott. Hört auf damit. Das möchte ich nicht. Aber. Passt zusammen. Passt zusammen. Kannst es so lassen. Haben wir hier wieder Two-Face-Outfit. Aber diesmal auch mit schwarzer Maske dran. Tix Keks Lord. Mit dem Hut dazu. Sieht aus wie irgendein Gauner von irgendeinem. Ich weiß nicht wie es heißt. Aber irgendwoher kenne ich sowas. Das ist auch. Ja, ja, ja. Jaxa. Ja, ja, ja. Der richtig Standard hier. Schon die Frisur. Alles. Wie geht es weiter? Hannes, mein Name. Da erwarte ich einiges. Und dann ist es einfach ein Relaxo-Kostüm. Mit Blumenstrauß. Aber Sonnenbrille. Disco Pogo. Wieder. Verkrampft. Alles schwarz. Brutal. Knabon. Ja, ist mir zu... Ist mir zu dunkel alles. Schlafmützle mit Lämble. Shiny Schlumpf. It's Just Mary. Hat auf jeden Fall wieder was. Mit Halsband. Halsband habe ich auch noch nicht gesehen. Hier so eine Strumpfhose. So ein Lappen auf dem Kopf. Also It's Just Mary. Hat ihren eigenen Style. Pascal liest wieder Buch. Hat eine Brille auf. Gengar-Rucksack. Normal. Student. Salvast. Sack auf dem Kopf. Hier. Deutschland. Fußball. Flagge im Gesicht. Wenn das sogar sein soll. Ansonsten Sarupf de Roos. G.W. Kyla. Das sieht aus wie eine Anna. Wenn ich jetzt an Tekken 3 denke und denke an Nina und an Anna, dann ist Anna die Schwester von der Nina und so sieht die aus. Sieht aber nett aus. Also, ja. Kann man mal ein Bier trinken mit der Anna. Guck. Hat auch so eine schöne Regenjacke an, wo es abperlt, wenn das Bier daneben spritzt. Paula. Ist wieder so dunkel. So richtig schwarz. So richtig gefährlich. Böse. Eingemummelt. Versteckt. Da habt ihr hier. Das ist irgendwie so zugänglich. Und nett. Und das ist wieder böse. Shiny-Freund. Ist wieder so. So nix. So. Aber grauer Hauer. 1, 2, 3, Kit. Schwebt. Blond. Locker. Okay. Jewel. Hallo, ich bin die Jewel. Das Outfit passt auf jeden Fall zusammen. Auch ein bisschen mobsig. Das finde ich schön. Krönchen auf dem Kopf. Haare dazu. Die Hose. Das Oberteil. Das ist sie einfach. Das ist richtig genial. Also, Props dafür. Sagittarius. Aha. Das ist die, die hier immer rumsteppt und die Männer verrückt macht. Mit ihrem Mini-Rock. Und dann hat sie noch so einen Hut auf. Da müsst ihr aufpassen. Silberstern. Jeans. Look. Aber das hat was von Final Fantasy irgendwie ein bisschen. Hat aber auch Style. Auch hier das Täschchen drum. Ein Vadripje Täschchen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Die Krone dazu. Da wurde es sich auch Mühe gegeben, ein schönes, legeres Outfit zu machen. Explorer. Sieht halt wieder doof aus. Machen wir schnell weiter. Schon der Helm. Der Helm. Bollmann. Die Brille. Ja, die Brille. Genau. Ne, machen wir weiter. Ist auch nichts für mich. Master Gossi. Haben wir schon oft gesehen. Zu Standard. Oliver. Liest Buch. Aber auch eher Standard. Silbern. Spielt ihr die rohige Gitarre Tau? Aber eher in einem blauen Look. Okay. Büschen nerdy. Nimmst du mit? Margot. FedEx 100. Alle haben sie diese dumme Brille auf. Und dann noch aber eine auf dem Kopf. Aber ein paar haben Rucksack. Hätte ich mir bei ihm jetzt auch was ganz anderes vorgestellt. Sieht auch. Bisschen nerdig aus. Aber. Brav. The Postman. Ich glaube das passt auch zu ihm. Der Gesichtsausdruck. Die Brille. Dieses nette Wesen was da dasteht. Passt zu ihm. Wir haben ja schon Fotos von ihm gesehen. Der Diamant. Der mit Cowboyhut. Der macht ja. Das sieht aus wie Leon Machère. Das ist. Das gefällt mir nicht. Immensiens. Was haben wir hier? Immensiens. Der Tod grüßt dich zweimal. Guck dir die fette Zigarre an im Hintergrund. Und die passen zusammen auf jeden Fall. Weil die beide sehr wuchtig brutal wirken. Maxi King. Hier wieder auch mehr Standard. Ein Sack Rosant. Freit sich hier. Der hat beim Pferderennen mitgemacht. Das sind immer diese Amis. Dann Amikosi. Sieht auch aus wie Verbrecher. Einbrechersack. Bandit. Nehmt euch in Acht. Konsti Dresden. Geht zur Schule. Mit kurzer Uniform. Im Winter. Mit Mütze. Luxus Tomate Pet. Dame. Jeans Look. Pascal. Hm. Brille. Sieht aus wie so ein Fahrrad. Kleidung. Ausflug steht bevor. Shiny Zone 1. Das Gesicht. Der Hut. Die Brille. Und das T-Shirt. Passt überhaupt gar nicht zusammen. Also das T-Shirt mit dem Look. Da hätte ich jetzt was Heftiges. Wieder Dunkles erwartet. Aber so ist das T-Shirt viel zu freundlich. Untergangs Gott. Alles eher weiß. Aber oben den Sack zugemacht. Frospino. Wild Luca. Alles so einer von den Beatles, oder? Guckt ihr die Frisur an. Da. Der letzte Beatle. Mitgenommen. TBT. Instinct. Das ist immer auch der General. Der zeigt noch darüber. Aufs Shiny Balgoras. Passt irgendwie zusammen. Okay. Friesenheimer. Orange. Blaue Haare. Aber. Ha. Passt jetzt nicht so findig. Hier haben wir gelber Deadpool. Mit einer Krone. Schwarz. Schlitz im Bauch. Alles sehr spottlich. Bisschen ein kleiner Schlabberlook. Recht dünne Erscheinung. Neweiss. Da finde ich hier das auf jeden Fall besser. Gelber Deadpool als Neweiss. Weil das sieht wieder so. Ja. Mir passt obenrum das nicht zum Rest vom Outfit. So. Die Frisur oder die Erscheinung. Alles. VWXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWEV. Das ist nix. Schon allein die Mütze. Xenturia. Passt schon besser. Ho-Oh-Kind. Sieht wieder so Bubi-haft aus. Petscher Boy. Der hat dicke Arme. Guck. Der geht oft an den Strand. Aber ich mag die Brille nicht. Karsten. Karsten spielt Gitarre. Wieder hier schwarz. Aber sieht auch wieder aus wie was, was wir vorhin auch schon öfters hatten. Iperi. Jeanslook. Dunkle Haare. Brille. Nett. Normal. Zappt aus Annika. Was hatten die? Die steht ja da. Guck dir die Hüfte an. Guck dir das Halsband an. Guck dir den Vorbau an. Guck dir die Handschuhe an. Das sticht hervor. Die hat sie richtig in Schale geworfen. Kinghammer. Sieht aus wie die Bailey von der WWE. Hier mit Schwimmweste, dass er nicht untergeht. Aber die Frisur ist cool. Also so eine Frisur habe ich bis jetzt noch nicht gesehen hier drin. Der Holmes. Relaxo. Dipper Pines. Eher Standard. Sit-Aug. Sieht auch aus. Hat man das entworfen? Es sind auch diese Standard-Sachen. Dieser blöde Pullover. Und dann wurde es einfach so reingedrückt. Kurze Frisur. Hm. Weiblich. Terrorzwerg. Nochmal mit einem Overall. Passt dazu. Den haben wir auf jeden Fall noch nicht gesehen. Seraph. Schwartz. Da fehlt noch ein Koffer mit einer Gitarre. Genau. Apfelhecks. Kleidchen. Okay. Sieht sympathisch aus. Jan-Nin-VX. Sieht sympathisch aus. Bisschen sportlicher. Ist ja Marathonläuferin. Kleingeist 88. Schwarze Sachen. Schwarze Klamotten. Schwarze Haare. Schwarze Brille. Aber. Blauer Rucksack. Okay. Ihn hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Maurice MC. 187. Mütze. Standard. Nickel. Kräftig. Gelbes Shirt. Der haut dir gleich eine drüber. Guck dir das an. Den falsch ansprichst. Pikachus Mutter. Gelbes Outfit. Professor Pikachu. Nicht mein. Saurons Scherge. Rocket Ding wieder. Komische Frisur. Schäfe 24. Gelb. Hut. Schwankt ein bisschen. Okay. Gelbes Outfit auch oft verdrehen. Dussel Girl. Topf. Weimar. Bisschen unspektakulär auch. Sabrina spielt. Pikachu wisst ihr ja sowieso. Mit Ho-Oh-Flügeln dran. Blonde Haare. Zandalen. Das erste Pikachu Outfit glaube ich. Zelda. Jetzt hier reingemobst. Guckt euch das an. Aber wieder dieses gelbe T-Shirt. Was jetzt auch öfter auftritt. Michel 12. Mit Schal. Mit Schal. Vornehm. Gemütlich. Sitzt am Kamin. Trinkt Kakao. Dumanidin. Brille. Normal. Hose. Kennen wir auch. Konfetti Lametta. Hat kein Hals. Mit der Katte sucht er seinen Hals. Nasse Pocketre. Pocketrainer. Brille. Ja. Hat er hier von 2022. Grünes T-Shirt. Zusammen geschossen. Fällt auf jeden Fall auf. Schon allein durch das T-Shirt. Sayuri. Sieht recht normal aus. Schwarzer Friese. Ist schwarz. Aber auch Mütze. T-Shirt. Sieht alles harmlos aus. Nix spektakuläres. Toru Koseki. Brille. Eher dunkles Outfit. Gelbe Schuhe. Bier Lolli. Flügel. Latex. Abenteuer. Flieger. Brille. Alles bei. Fandagiro. Muss wieder warten. Das Unwetter kommt. Boah. Guck dir die Frisur an. Guck dir die Frisur an. Die habe ich noch nie gesehen. Mit Flabebe im Haar. Das. Passt auf jeden Fall. Das sticht auf jeden Fall auch hervor. Heya. 27. Muss ich wieder warten bis es lädt. Im Endeffekt ist auch gleich der Akku leer. Ja. Ähm. Hast du alles schon gesehen. Ochi. Was lädt das jetzt so ewig? Das kann doch nicht sein. Mach keine Videos. Weiblich. Schönes Oberteil. Schuhe passen dazu. Passt. Shai Hulut. Hammer. Standard. Okay. 3 hat er Kingo. Läuft. Sieht aus wie Schilling. Das ist original Schilling Account. Guck dir den an. Das ist hier Tom und Bill Kaulitz in einer Person. Zu wild. Ja. Wieder so Weihnachts-Winter-Outfit mit Professoren Pikachu dran. GFG. Braunes Oberteil. Oder Weinrot. Weiblich. Mit Täschchen. Horstknepp. Dicker Anzug. Geht nach außen. Sieht aus wie vom Zirkus irgendwie. Hasenohren. Ja. Hafer-Expression. Schwarz. Ding auf dem Kopf. Weg. Kolja. Grüner Mandel. Kennen wir schon. Valarope. Freut sich? Weiblich. Aber eher Standard. Phil McChill. Schwebt. Golduhr. Frisurbrillehose. Passt irgendwie zusammen. Hat auf jeden Fall Style. Robert, ein Hunderter. Hallo Adi, Schatz. Schwankt auch darum hier Nike Air-T-Shirt. Aber haut mich jetzt auch nicht um. Tag One sieht wieder zu cool aus. Thomas Hulkman. Da haben wir noch mal was Besonderes noch. Guck dir die Sandalen an. Guck dir die Armreife an. Die Kugel-Lie-Kette. Das Hawaii-Hemd. Auch schönes Urlaubs-Feeling hier dabei. God King Tidon. Haben wir wieder ein Rayquaza-Verschnitt. BDV. Alles Rott. Rott-Haare. Rott-Buddy. Babo-Year. Kabador-Kopf. Und spektakulär. Erfolgsmagnet 1. Alles schwarz. Bisschen vermummt. Strich-Code. Passt zum Voldoloss. Ist auf jeden Fall dick am Start. Mit Höschen. Mit Oberteil. Mit... Ja... Da würden wir doch gern mal... Johann Nachthara vorlesen. Bis jetzt nur zwei Dicke gefunden. Was ist passiert? Habt ihr die alle wieder weggemacht? Das Outfit... Auch Johann Nachthara. Auch normal hier. Dieses Level-50er-Ding, oder? Love of Jesus 08. Wieder hier... Polizeimütze. Strenge Haltung. Max Anschadet. Der geht hier richtig ab. Hat auch so eine Schmalzlocke dran. Cooles Oberteil. Rote Hose. Madu. Kräftig. Stark. Barrikadax. Arme. Aber kennt man... Taiva. Blau. Auch er Standard-Outfit. Anamana. Er ist schwarz. Frau. 50er. Jacke. Mazofix. Pingebrett-Hartbrille. Pink Leolai. Go-Face-T-Shirt. Krönchen drauf. Schick-Schickie. Mit einem Schickie-Pullover. Passt auf jeden Fall zum Namen. Auch blaue Haare dazu. Strange Love. Recht Standard. Oh Mann, oh Mann. Wieder alles schwarz. Brille, Jacke. Saschmon. Sieht normal aus. Noelle. Dieses Weinrode-Oberteil. Null-Swan. Go-Fest-Shirt. Auch wieder sehr kindlich. Bubi-haft. Julchen. Jeans-Look. Aber schwarze Hose. Braune Haare. Sonnenbrille. Pose angelegt. Baumpel. Shiny. Partyhut. Da ist ein bisschen mehr dran gemacht. Cardanero Max. Auch wieder schwarz. Aber hier 3D-Brille. Sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Schöne Aufhänger. Das ist eine Jacke. Eine besondere Jacke. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht gesehen. Legolas. Sieht normal aus. Poge Harry. Sieht aus wie vom Holy Festival. Guckt ihr es an. Rudy Russell X. Gitarre. Komische Brille. Spiel. Hut. Teddy Monster. Frau. Weiblich. Rot. Lavados. Weiße Hose. Bischen vermummt. Black Trains. Die Frisur. In diesem Outfit. Mit dieser Brille. Und dem Schutz. Das geht gar nicht. E-Wurst. Ja. Auch Holy Festival. Aber ein bisschen anders. Nicht so heftig. Eher Stufe drunter. Ivan Stolz. Palkia. Outfit. Passt irgendwie alles dazu. Zum Buddy. Die Schuhe. Das Outfit. Die Haare. Die Brille. Passt dazu. Leo Winom. Sieht auch wieder Standard aus. Ist wieder inaktiv. Nochmal Maxi Hip. Schon wieder. Schwarz. Schwarzes S-Cap. Schnibitzer. Evoli Mütz. Ansonsten sehr Winter Look. Tixakura. Jeans. Mit Sonnenkrone. Er sahen aus. Vorhin sah auch einer so ähnlich aus. God King Tidon. Sieht auch ein bisschen muskulöser aus. Aber alles zamm gefriemelt. Sieht aus wie Capital Bra. Muss doch schwitzen. Ist doch warm. Hosen Mops. Steht hier allein. Frau mit weißem Hut. Obvious Luki. Ist auch eher eine Mischung aus früher und heute. Prinzessin. Das Outfit haben wir aber vorhin schon mal gehabt. Speck. Schönes Kabador Hemd. Okay. Halsband. Dass er nicht wegrennt. Esbius Gobi. Sieht auch recht normal aus. Burn Down. Burn Down. Im Rayquaza Outfit. Diebner Merle. FM Mütze. Aber mag ich nicht. Rest kennen wir auch. Der Johannes. Hier. Grüne Haare. Schlabber Hose. Piraten Look. Also Oberteil dieses Skull Dings meine ich. Knut Lina. Relaxo. Overall. Kurfürst. Da ist noch ein Möpsele. Abinges Möpsele hier. Sie sind ja aus Marzahn. Marley. Haben wir auch schon gesehen. So ähnlich. Opi Tuschia. Immer mit der Mütze. Müsste euch merken. Da erkennste das. Sieht ein bisschen aus wie Natururin sein Bruder. Patrick Starloll 5. Haben wir auch schon so ähnlich gehabt. Schwulosko. Wieder dieses Giratina Outfit. Trojan Voa. Auch irgendwie unpassend für mich. Couselinchen. Ja. Rocket gemischt. Kriterion 19. Wieder lieblich. Sanft. Ameidel. Steine Bergerli. Wieder mit Gitarre mit der Mütze. Die kann ich auch nicht mehr sehen. Die Mütze mittlerweile. Triägel. Da kann ich gar nichts zu sagen. Fistakes. Verkrüppelte Füße. Das Oberteil. Das hatte was mit Irrbis zu tun. Oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Habe ich noch nicht gesehen. Dann ist neu. Das passt. Das fällt auf jeden Fall auf. Also das finde ich auch ganz gut. Wanne. Hammer. Hässliche Frisur. Okay. Bong Blastal. Jeans. Gitarre. Mundschutz. Alles ziemlich bunt. Brezel Queen. Sieht aus hier wie Rotkäppchen. So mit der Frisur. Schwebt auch. Eine Mischung aus süß und gefährlich. Gemischt. Mit diesen Öhrchen noch dran auch. Gronkelstein. Auch bunt gewürfelt. Itze. Wieder unscheinbar. Luigi Sarada. Rocket Basic. Sieht aus wie Sierra. Sierra Look. Sierra Anzug. Magnus Argo. Nix. Marvin. Vermummt. Das erinnert mich jetzt an Bierschanger. Punktekonto. Die Janzi Shirt. Blaue Haare. Gefällt mir aber nicht. Ist ja Sonja Zitlow Style. Summ Quikwe. Okay. Für mich nicht spektakulär genug. Markus. Rotes Oberteil. Pullover. Brille. Pass wieder nicht. Die Brille. Skandalpara. Fehlt auch wieder ein bisschen Hals und Masse. Lienete Katz. Das ist die Oma. Dann ist die Oma aus der Runde. Guck sie dir an. Orange. XT. Graue Haar. Bisschen braune Haut. Passt. Passt nicht. Weiß ich nicht. Burkhard. Medica Kopf. Näh. Burkhard. Garados Kopf. Näh. Gothic. Da hätte ich jetzt was mit Rayquaza erwartet. Aber dafür ist auch mit. Sieht immer noch aus wie in der Manege. So Anzugflügel hinten dran. Dann böse Gesichtsbemalung. Passt zu ihm auf jeden Fall. Jan von Smile. Und schlägt da. Muss nur laden. Vielleicht soll ich es einfach mal ins Ladekabel anstecken. Weißer Anzug. Okay. Aber die Brille und die Krone. Näh. Peolein. Ist auch wieder das. Frisst mein Kopf. Zwegodat. Sportlich. Okay. Auf Wanderung. Walderli. Kariertes Hemd. Fiedelmark Karschel. Grüner. Lumpen. Rentnergangster. Bubikopf. Mit gelbem Shirt. Gerhard. Der ist ja komplett zugekleistert. Mit der Säuger Leo Perücke noch. Aber da finde ich passt das Outfit nicht dazu. Dieses Winteroutfit. Da hätte noch mehr Bunt dran gemusst. Don McFock. Rötlich. Schatzsuche. Griecki. Frisur sitzt. Okay. Rücken hat er auch. Hubi Michi. Rocket. Garados. Hm. Brainy. Rocket. Äh. P.Y. Professor. Snap. Sieht auch wieder Standard aus. Kog. Rocket. Das passt zum Rocket auf jeden Fall. Da könnte ein Sohn Rübel reinbringen. Hai. Hm. Die Mütze mit der Gesichtsbemalung. Finde ich sogar passen. Michi Dobby. Standard. Partyclops. Nicht Standard, aber es sieht wieder aus wie unsympathisch. TV. Polyglot. Sieht man nicht. Guckt ja nur in sein Buch rein. Riese Bremerhaven. Blau. Schultern hat er. Grüne Mütze. Wie passt die zu dem Rest? Tenjal. Giratina. Kyuko. Level 50. So sieht es zumindest aus von der Jagge her. Poke Hunter. Boah. Es ist noch so unglaublich viel. Ich habe mich mit dem Video wieder mal übernommen. Sieht auch jetzt nicht so spektakulär aus. Eigulf. Zwischendurch kann Bubsi auch rein mit Jonas nach dem Mittagsschlaf gefüttert. Stell wieder raus. Wusstest bestimmt nicht, dass es drei Jahre dauert. Eigulf. Da hat was von Hupa. Hupa Nuancen sind da drin. Furzfürst. Ist auch nix. Moonlight. Thomas. Da hätte ich aber mehr erwartet. Einfach nur ein Mute-T-Shirt. Shaggy. Eher schwarz und vermummt. Nulli-Squad. Grün. Flauschig. Band. Am Bein. Sexy. Heiko. Ja. Blaue Friese. Zum Rest. Paps Hegi. Unspektakulär. Tode Oma. Surft. Mit der Gitter. Aus Gesicht. Ist mir wieder zu Bubi-haft dazu. Bisa-Fan Enzo. Gelbe Goldjacke. Mit Kackfrisur. Pokémon. Mining. Unspektakulär. Prinzessin. Kurzer Rock. Jens. Turmfrisur. King Lion SP. Rudel Dino. Strubel Mütze. Ich möchte bitte wenigstens noch einen, der irgendwie komplett heraussticht. Kohlemann. Der sieht sehr muskulös aus. Landei. Das Landei sticht heraus, weil der so unschuldig aussieht mit seiner rosanen Bluse. Ich möchte aber irgendwas, wo man auch richtig sagt, wow. It's Buckfish. Auch schon oft gesehen jetzt. Smau-Go. Sieht aus wie der Daredevil. Den habe ich noch nicht so gesehen. Bloody Mary Rocket. Mr. Martin. Cowboy. Ohne Hals. Mr. Jörg. Schwarz. Excavator. Stirnband. Fresh. Beer Benny. Cowboy Winter. C4. Blau. Student. Aluhut. Naja. Wieder alles wild zusammen. I'm on fire. Das ist auch so studentmäßig. Mystical Miku. Weste. Nein. Du bist jetzt nicht da drauf gegangen. Und musst jetzt das ganze Ding nochmal neu suchen. Doch, das mache ich jetzt. Nichts darum, euch zu ärgern. Jetzt ist es bestimmt gleich wieder weg. 4 Bro Yenna. Deswegen. Ich wollte das Geschenk wegdrücken, aber da war keins. Seht ihr mal. Bochum. Pikachu Shirt. Dragonite. Auch irgendwie Standard. York. Normal. Kasperl-Kopfine. Oben der Bereich Gesicht, Mütze, Frisur, alles. Ist was gemacht. Rest auch normal. Kit. Son Gohan. Kürbiskopf. Momo P. Mit der Brille und dem Tüchlein hat sie sich auf jeden Fall was gedacht. Hier der Prinz. Andi Mask. Tobinsky. Jollix. Paula Emperor. Ihr seht, die letzten werden einfach nur noch überflogen. Meri. Ramses Shadow. Ich brauche noch ein Highlight. Kaisi. Pass auch alles zusammen. Okay. Shiny Hunter. Ab ins Tierheim. Was ist das? Echt na toll. Hut. Ist auch das erste Mal jetzt drin. Hamburger Zippe. Ramses Kredest. Vivala Ramses. Häkel Tussi. Aliton. Auch normal. Diese Outfits hat wahrscheinlich jeder dann davon da oben. Faxe rät ehrlich. Alles schwarz. Jens von X. Liest Buch. Betty. Warte ich schon seit 100 Jahren, dass sie sich meldet. Ich habe sie schon 100 Mal angeschrieben bei Facebook. Schreibt einfach nicht. Die like jeden Tag. Beitrag auf Facebook. Aber sie schreibt einfach nicht zurück. Das passt auch. Dieses Fire Outfit. Ah, Vorbeck. Hier sieht aus wie F.U. Von einem Rap Battle. Aquana Girl. Bauchfrei. Sanjel Dilling. Fett. Mit Jacke. Das ist doch Trash. Borki. Klein und unschuldig. Koronika. Blauer. Blauer. Strambler. Schwarze. Mütze. Blumenliese. Auch eher rosa. Das war schon wieder Cindy von Marzahn. Craftsmanie. Das ist cool. Fetty Krüger. Standard. Gopogo Manu. Hebt ab. Ivar Kids. Standard. Guckt es euch an. Ivar Bekannt. Normal. Grün. Ivar Soft. Ist wirklich. Aber die habe ich glaube ich damals immer alle so gemacht. Mäusekind. Das hat Sandra so gemacht. Ivar Mild. Standard. Skinny. Alles eher gelbs. Der Zitronella Boy. T-Tomek. Jetzt kommen wir doch in die oberen Gefilde. Da muss doch jetzt noch was heftiges dabei sein. Rexy hat wenigstens ihre Frisur gemacht. Cutter. Nix. Creeper. Sieht auch wieder boobiehaft aus. Blood. Moon. Normal. Erzengel Michael. Der ist auf jeden Fall muskulös und fett. Body hier auf dem Kopf. Ramses Red Mania. Sieht ja auch normal aus. Super Sani. Guckt euch mal Sandra an. Sogar die hat was an ihren Füßen gemacht. I Love Christa. Haben wir hier wieder. Giratina Outfit. Charisma. Normal. Nett. Ghost. Auch Mischung aus A und B. Hörnchen. Obwohl das hat was. Das Gesicht mit dem lilanen drumherum. Aber schwarz mit Hose und Flügel. Die Flügel passen so Hose, ja. Anime Fan. Ist auch ein Weibler. 0,6 Mark. Passt zu Monitigo. Guckt dir die Augen an. Und guckt dir die Dickigkeit an. Und den Gang dabei. Aber mit Bart. Das sieht auch einfach nur richtig trashig aus. Blood and Tears. Mäusler auf dem Kopf. Patsch. Standard. Krypto Saphir. Grüner Mandel. Kaiser Kai. Grüner Mandel. Henry Nicky. Blasses Fräulein. Mit Krone. Paco. Okay. Andy Project. Okay. Monolog. Die sieht auch gut aus. Sollen wir das Ding hier wegtun. Hannes bei Team Rocket. Baloo. Mit Bademandel. Baumlieber. Dantro. Das wären jetzt die, mit denen ich schon am längsten befreundet bin. Es wird immer knapper. Flex 23. Mit Gnaddox. Alex. Feuerwehrfra. Blood and Fears. Jason aus Elm. Äh, aus Elm. Eberhard Schmidt. Der Osterhasen Mann. Pogahander. Auch im Karate-Modus. Ichtudomo. Grüne Clowns-Frisur. Warum nicht? Sieht aus wie Doink von der WWE. Deniz. Samyang Buldak. Der war ja auch immer ganz schwarz. Marze Nordland. Benny 3000. Kumulus. Trainer Saabs. Lennart. Ja, mit dem Togebi-Pullover. Genaya. Das war? Nee, war es nicht. Hä? Ich dachte, Genaya ist ganz oben. Hat der Dinos etwa was geöffnet und ist weiter hochgerutscht? Dann kommt nämlich jetzt noch Linus. Linus ist, vorhin war Genaya ganz oben an der Spitze, als ich mit dem Video angefangen habe. Ich schwöre, jetzt hat Linus sie verdrängt. Was ist euch irgendjemand aufgefallen oder herausgestochen, wo ihr gesagt habt, der sieht aber lustig aus. Den müsste ich mir nochmal angucken. Am Anfang waren ja schon lustige Sachen dabei. Wenn ich jetzt hier rausgehe, guckt nochmal hier drauf. Hier steht Genaya ganz oben. Dann Linus, Lennart, Kumulus. Wenn ich es ordne nach da, habt ihr immer noch die Pimmelnase, äh Pi mal Nase, hier unten. Hier waren auch lustige Sachen dabei am Anfang, oder nicht? Wer hat uns denn am Anfang so überzeugt? Der Kommandant. Ja, die werde ich jetzt alle nicht nochmal finden. Da ist auf jeden Fall eine riesen, krasse, unterschiedliche Auswahl dabei. Also das Feature wurde zwar so belächelt, dass die Leute gesagt haben, ah, ist das doof, das ist ja total Quatsch. Wer macht denn sowas? Wir wollen die alten Avatare zurück. Aber ihr seht, es sind schon schöne Kreationen dabei. Es sind schon Sachen dabei, die wirklich gut gemacht sind und toll aussehen. Und das ist doch gut. Das wäre vorher gar nicht so gegangen. Gerade mit den verschiedenen Gesichtern, Frisuren, Farben, alles. Ihr habt schon mehr Auswahl. Also, wenn ihr noch irgendwas zeigen wollt, sagen wollt, schreibt es in die Kommentare. Das Video geht jetzt eine Stunde. Das kann man sich mal angucken, wenn man einfach nichts mehr zu tun hat im Leben. Und, ja, morgen ist ja eh wieder Raider Mittwoch. Dann ist wieder Raid Boss Wechsel. Und dann gibt es irgendwann wieder ein Alles-muss-raus-Video, weil im Hintergrund gerade ganz viel passiert. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out for Haut. Euer Ramses. Wie sehe ich überhaupt aus? Ich renne immer noch so rum. Ihr seht ganz Standard. Ich mit dem Buch. Ich mit dieser Jacke. Ich mit dieser Mütze. Ich mit dieser Brille. Mit meinem Bamo-Rucksack. Und das. Klatsch. Passend zum Donner. War es mit dem Video. Das ist mein Standard-Outfit. Wenn ihr kein Standard-Outfit habt, dann schreibt es in die Kommentare. Tschüss.